ach von oben mein Gott schießt nach oben ja gut, aber ist hier oben nix doch 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 der kommt von oben, der schießt mir auch Granaten hier runter irgendwo da oben ist einer oh mein Gott, du tombe mit sa ja, man muss auch irgendwo noch Anna rumlautschen Rikos Bot hat ihn geheilt ja, alles gut hilft uns jetzt noch nicht wirklich weiter aktuell wie soll der denn sein ich hab keine Ahnung hier unten sehe ich keinen Lukas meinte er ihm zu sein, wer ist, warum er ist, warum er sein kann ich hab keine Ahnung bleiben erstmal in Bewegung und schau mal weiter da oben, ich sehne noch 255 ah verdammt mich hat er runter geschmissen mit einer Impulsgranate müsst ihr es richten wo ist denn der der kam gerade von oben runter, der ist bei Lukas da irgendwo ach du wichsgeburt ja, 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 der ist immer noch auf mich am einziehen na, ich sehne, der ist direkt hier vorne die dumme Tusse so so so, ihr seid müsstet ihr es schaffen jawoll ich hatte den, ich hatte den, ich hatte den ich hatte den wie auch immer, aufsache, wenn sie es geschafft das war jetzt aber eine schwere Geburt gewesen dass der da von oben kam, damit habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet das erklärt auch warum Enrico's Bot nach oben geschossen hat ich geh zur Lobby, weil es mir doch nicht gut ich geh zur Lobby, weil es mir doch nicht gut naja, wohl Chris, aber naja es gab noch schlechtere WWE Spiele bleib stehen, bleib stehen bleib stehen es gab noch schlechtere WWE Spiele welche die du gar nicht spielen konntest vor lauter Fehlern wie vor drei oder vor zwei Jahren danke keine Dinge denn warum ist der Schlüssel blau, hä? eine goldene Pistole der holt hier auf keinen Fall hier jemanden mir gedacht habe ich mir nicht persönlich was dagegen hey, der hat aber gleich kilometer weit geflohen wow ich bin Level 12 Mark hey super guck gleich mal nach ich muss mal gucken ob es jetzt getiltert nach der Runde guck ich sofort nach guck eyy, goldene Pistole überhaupt nicht OP hey es lebt nur noch ein Gegner, was? ein Gegner Ohr dafür ist die Tour aber noch ziemlich groß ich habe gerade in der letzten Sekundäre noch 5 Kills gemacht oh, habt ihr ihn ah, er fliegt weg hab ihn hab ihn hab ihn wow bei der Rage der letzten Spiele ach ab Level 12 schaltet man schon die Arena frei so Mark jetzt guck mal nach wenn ich muss ich mir einen neuen Account machen ich guck das falsch ja, ich glaube du musst dir noch einen neuen Account machen ja, ich glaube du musst dir noch einen neuen Account machen ey da oben ist jemand mit deinem leider da oben ist jemand mit Ballon wo ich habe nur eine automatische experten Schrotflinte mit sechs Muni ich habe kein aim das ist aim siehst du den darum dem ich jetzt weiß ich verstehe mal der war auf k wer war das hilfe hier ist ein gegner ich bin in irgendeiner festung und weiß nicht wie ich hier wieder raus doch reinkommen ja er haut mich erst mal voll in die zone der letzte scheinbar gut zu sein hol ich seine karte der schluss nein kleiner kleiner weg mit dir meine fresse aber jetzt haben wir nur noch den an ich glaube an dich was was ist denn ja wir sind alle tot ja 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 nimm mir nichts nimm mir nichts nimm mir nichts nimm dir komm noch mal noch mal noch mal noch mal rauf da rauf da komm wir den jetzt auseinander nehmen Daniel ich glaub an den der muss ja noch nicht da sind zwei Schuss drin boah guck ihn dir an boah der Typ kann gleich deinstallieren gehen das muss ins fest auf das muss ins fest auf auf jedem ey bitte lasst es ins fest auf ja na gut wenn ihr unbedingt wollt ja ey das wird richtig geil der Typ den er da weggehauen hat ey der kann direkt deinstallieren gehen ich bin aber echt gespannt ob er dich noch trifft oder nicht wenn die kultur noch gegen ein Team ruhig wenn ihr jetzt auch gewinnt ey sag ruhig ja dann deinstalliere ich was hinter dir hinter dir hinter dir so ruhig wie sei ruhig ich sag dir wo der ist das war jetzt keine scheiße warte warte wie viel wie viel leute waren denn noch drin da ich glaub noch ein Nock wo willst du denn das der Krone Mark da oben das der Krone ja ja das der Krone das der Krone der Krone da auch ne Krone leben noch so wenig leute denken sind welche also knapp also der mehrere der slow der da oben der ist tot ja ich liebe diese waffe ich habe alle zwei teams noch was haben die denn die haben wir wieder alles gehabt eine goldene pistole ich glaube ich noch nie so gutes equipment in der runde oh shit Oh Ah, du hast doch noch 20 Kills rausgeholt. Du musst dir überlegen, ich bin von diesem... Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Tourenbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop, alles was ihr braucht.